Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor an der FOM-Hochschule und möchte Ihnen heute noch einmal das Thema GbR näher bringen. Wir haben uns ja schon in einem ersten Video mit drei Themen beschäftigt, nämlich mit dem Thema gemeinsamer Zweck, dann mit dem Thema Pflichten und mit dem Thema Rechte der Gesellschafter. In dem heutigen Video möchte ich mich beschäftigen mit drei weiteren Themen, nämlich mit dem Thema Gesellschaftsvermögen, mit dem Thema Haftung und dann schließlich mit dem Thema Beendigung. Starten möchte ich zunächst mit einem Blick auf die Mindmap, die wir letztes Mal ja schon teilweise besprochen haben, nämlich die ganze rechte Seite. Heute werden wir uns, wie gesagt, mit der linken Seite beschäftigen, nämlich mit den Themen Gesellschaftsvermögen, Haftung und Beendigung der Gesellschaft. Ich werde Ihnen die Mindmap auch in den Kommentaren unten verlinken, sodass Sie die herunterladen können. Dazu werde ich auch noch die anderen Unterlagen, die ich erwähne, verlinken. Starten wir nun mit dem Thema Gesellschaftsvermögen. Beim Gesellschaftsvermögen werden wir uns mit zwei Punkten auseinandersetzen, nämlich zunächst mal mit dem Punkt, was ist überhaupt das Gesellschaftsvermögen und dann mit der Frage, wem steht das Gesellschaftsvermögen zu, also der Zuordnung des Gesellschaftsvermögens. Die Frage, was das Gesellschaftsvermögen ist, beantwortet § 718 Absatz 1 BGB. Der Begriff Gesellschaftsvermögen ist, wie Sie sehen, in § 718 Absatz 1 legal definiert. Also das Gesetz definiert selbst, was das Gesellschaftsvermögen ist. Das können Sie an dem Klammerzusatz erkennen. Also hier steht Gesellschaftsvermögen. Daran kann man erkennen, dass das Gesetz definiert, was das Gesellschaftsvermögen ist. Die Definition umfasst jetzt zwei Bestandteile, nämlich einmal die Beiträge der Gesellschafter gehören zum Gesellschaftsvermögen und dann zusätzlich noch die durch die Geschäftsführung für die Gesellschaft erworbenen Gegenstände. Das sind also die beiden Bestandteile des Gesellschaftsvermögens. Man kann das auch so erklären, dass man sagt, einerseits das, was die Gesellschaft am Anfang einbringen und dann alles, was später noch von der Gesellschaft im Rahmen der Erreichung ihres Zwecks hinzu erworbene, das hinzu erworbene Vermögen. Die zweite Frage, nämlich wem das Gesellschaftsvermögen gehört, beantwortet § 718 Absatz 1 auch. Nämlich das Gesellschaftsvermögen ist das, wird zum gemeinschaftlichen Vermögen der Gesellschafter. Gemeinschaftliches Vermögen der Gesellschafter. Man spricht auch von Gesamthansvermögen. Wie das juristisch funktionieren soll, also wie soll Vermögen gemeinschaftlich den Gesellschaftern gehören, diese Frage hat die Rechtsprechung 100 Jahre lang beschäftigt. Denn normalerweise würde man ja sagen, das Vermögen gehört entweder der Gesellschaft oder den Gesellschaftern. Das wäre eine saubere Zuordnung gewesen. Der Gesetzgeber hat jetzt aber eine Art Kuddelmuddel gemacht. Er hat gesagt, das gehört den Gesellschaftern, aber irgendwie gemeinschaftlich. Und dieses irgendwie gemeinschaftlich, damit ist die Rechtsprechung nicht klargekommen. Man hat dann nach 100 Jahren endlich eingesehen, dass diese Zuordnung zu den Gesellschaftern gemeinschaftlich, so zumindest bei den Gesellschaften, die nach Außenrechtsgeschäfte abschließend nicht funktioniert und hat deswegen für die Außen-GbR das Konzept der OHG übernommen. Hat also gesagt, das Gesellschaftsvermögen der Außen-GbR, also der GbR, die nach Außen tätig wird, das steht nicht den Gesellschaftern, sondern der Gesellschaft selbst zu. Das erkennt man auch jetzt hier an der Mindmap. Da habe ich Ihnen ja die Zuordnung hier nochmal aufgetragen. Bei der Innengesellschaft, also Praxisrelevanz sehr gering, bleibt es dabei, dass das Vermögen den Gesellschaftern zur gesamten Hand zusteht. Bei der Außengesellschaft seit dem Urteil des BGH vom 29.01.2001 weißes Ross, das verlinke ich Ihnen auch, da kann ich Ihnen auch nur eine Lektüre empfehlen, steht das Gesellschaftsvermögen der Gesellschaft selbst zu. Wenden wir uns nun dem wichtigen Thema der Haftung zu. Bei der Haftung ist es ganz wichtig, dass Sie unterscheiden zwischen der Frage der Haftung der Gesellschaft und der Haftung der Gesellschafter. Die Gesellschaft kann ja selbst haften, weil wir gerade oben festgestellt haben, dass sie teilrechtsfähig ist, zumindest die Außen-GbR, sodass man also von einer Haftung der Gesellschaft selbst sprechen kann. Eigentlich ist der Begriff Haftung hier nicht ganz korrekt, denn es geht nicht um Haftung, sondern es geht darum, dass die Gesellschaft selbst eine Verbindlichkeit eingeht, dass die Gesellschaft selbst schuldet. Wenn Sie persönlichen Mietvertrag abschließen, sagen Sie ja auch nicht, ich schulde die Miete, sondern ich muss die Miete zahlen oder ich habe eine Verbindlichkeit. Ähnlich müsste man das bei der Gesellschaft auch machen, hat sich aber leider nun anders eingebürgert. Man spricht auch bei der Gesellschaft, selbst wenn sie primär schuldet, von der Haftung. Was sind jetzt die Voraussetzungen dafür, dass die Gesellschaft haftet? Es gibt drei Voraussetzungen, die ich Ihnen hier auch aufgeführt habe. Erstens muss ein wirksamer Gesellschaftsvertrag abgeschlossen worden sein, ansonsten haben wir keine Gesellschaft. Zweitens muss der Vertragsabschluss mit der Gesellschaft erfolgt sein. Hier kann man kurz noch mal zu der Fragestellung nehmen, ob die GbR überhaupt selbst rechtsfähig ist. Das kann man dann mit dem BGH-Urteil bejahen. Die dritte und in der Praxis und Prüfung immer wichtigste Voraussetzung ist, dass die Gesellschaft auch wirksam vertreten wurde. Das haben wir im ersten Video schon besprochen und ich habe Ihnen auch ein separates Video erstellt zum Thema Geschäftsführung und Vertretung. Bei der GbR ist es so nach § 714, 709 BGB, dass nur alle Gesellschafter gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind. Es sei denn, es ist im Gesellschaftsvertrag wie häufig etwas anderes geregelt. Wichtig ist wirklich, dass Sie darauf achten, hier auch ein bisschen länger Zeit zu verbringen in der Klausur, nämlich mit der Frage der Vertretung sich detailliert auseinanderzusetzen. Häufig ist es so, dass der Gesellschaftsvertrag zum Beispiel bestimmt, dass nur zwei Gesellschafter gemeinschaftlich vertreten können. Es ist aber dann nur ein Gesellschafter mit dem zum Beispiel Vermieter in Kontakt getreten und hat den Mietvertrag abgeschlossen. In dem Fall hätten wir keine wirksame Vertretung. Vertretung kennen Sie auch aus dem BGB 164. Die drei Voraussetzungen sollte man hier auch dann nochmal nennen. Eigene Willenserklärung im fremden Namen mit Vertretungsmacht. Das also hier zum Thema der Vertretung regelmäßig der relevanteste Teil der Prüfung. Wenn man dann eine Gesellschaftsverbindlichkeit hat, dann stellt sich häufig die Frage, ob auch der Gesellschafter für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet. Hier wendet die herrschende Meinung nach in Anschluss an den BGH die Vorschrift 128 HGB analog an, die dazu führt, dass die Gesellschafter für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbeschränkt mit dem Privatvermögen haften. Wenn man das detailliert prüfen möchte, hat man nur zwei Voraussetzungen zu prüfen. Nämlich erstens muss man prüfen, ob überhaupt eine Verbindlichkeit der Gesellschaft vorliegt. Das haben wir ja oben schon gesehen. Dazu müssen die drei Voraussetzungen, die wir gerade durchgesprochen haben, vorliegen. Wenn man das dann bejaht hat, muss man zweitens nur noch prüfen, ob die Person, die in Anspruch genommen wird, auch Gesellschafter ist. Und zwar muss die Gesellschafter sein bei oder nach Begründung der Verbindlichkeit. Wenn der Gesellschafter schon ausgeschieden ist, dann haftet er nicht mehr für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Aber Achtung hier, es kommt darauf an, ob die Verbindlichkeit zum Zeitpunkt, wo er noch in der Gesellschaft war, begründet wurde. Es kommt nicht darauf an, ob die Einzelforderung fällig geworden ist. Also beim Mietvertrag zum Beispiel, wenn ein Mietvertrag abgeschlossen wird, während der Gesellschafter B noch Gesellschafter ist, er scheidet dann aus. Dann haftet er trotzdem noch weiter für die Mietzahlung auch nach seinem Austritt. Die Haftung ist dann nach § 159, 160 HGB analog allerdings auf fünf Jahre beschränkt. Bleibt noch das Thema der Beendigung der GbR. Hier muss man vielleicht erst mal klar machen, dass man einen Gesellschaftsvertrag nicht einfach so beenden kann wie einen Kaufvertrag. Beim Kaufvertrag kann man ja, bevor der erfüllt ist, einfach in beiderseitigem Einverständnis den Kaufvertrag aufheben und er ist dann plötzlich weg. Das geht bei der Gesellschaft nicht, weil die Gesellschaft ja meist schon im Außenverhältnis tätig geworden ist, Rechtsgeschäfte getätigt hat. Und dann kann man nicht einfach dadurch, dass die Gesellschafter beschließen, die Gesellschaft aufzuheben, diese Gesellschaft aus der Realität entfernen. Das liegt daran, die Gesellschaft, der Gesellschaftsvertrag begründet ja nicht nur ein Schuldverhältnis zwischen den Gesellschaftern, sondern hat auch eine Organisationswirkung. Das heißt, begründet eine Organisation. Und deswegen muss diese Organisation auch ordnungsgemäß erst abgewickelt werden, bevor die Gesellschaft beendet werden kann. Und zwar, man unterscheidet da drei Schritte, die hier auf der Mindmap erkennbar sind. Der erste Schritt ist die sogenannte Auflösung. Der zweite Schritt ist dann die Auseinandersetzung oder Liquidation. Und wenn die abgeschlossen ist, dann spricht man von der Vollbeendigung und die Gesellschaft ist dann tatsächlich beendet. Zur Auflösung. Für die Auflösung gibt es verschiedene Gründe. Der einfachste ist der Auflösungsbeschluss. Also wenn die Gesellschafter sich einig sind, die Gesellschaft zu beenden, dann fassen sie einen Auflösungsbeschluss. Der führt dann auch zur Auflösung. Es gibt aber auch andere Gründe, die im Gesetz ausdrücklich genannt sind. Zum Beispiel die Kündigung durch einen Gesellschafter. Kann man im Gesellschaftsvertrag allerdings auch anders regeln, dass die Kündigung eines Gesellschafters nicht zur Auflösung führt. § 723 BGB. Der Tod eines Gesellschafters, § 727 BGB. Auch das kann man anders regeln. Und die Insolvenz, § 728 BGB. Wenn dann die Gesellschaft aufgelöst ist, also ein Auflösungsbeschluss oder ein anderer Auflösungsgrund vorliegt, dann beginnen die geschäftsführenden Gesellschafter mit der Liquidation der Gesellschaft. Also der Gesellschaftszweck ändert sich durch die Auflösung, man spricht, sagt von einer werbenden Gesellschaft in eine Auflösung oder eine Liquidation. Das heißt, es dürfen keine neuen Geschäfte mehr abgeschlossen werden, sondern das, was passiert ist, in § 733, § 733, § 734 und § 735 BGB geregelt. Nämlich zunächst müssen die Gesellschaftsschulden berichtigt werden. Danach müssen die Einlagen erstattet werden. Und wenn das alles abgeschlossen ist, dann kann der Überschuss verteilt werden zwischen die Gesellschafter. Oder wenn die Gesellschaft noch einen Verlust hat, dann müssen die Gesellschafter hier an der Stelle nochmal nachschießen. Ich hatte Ihnen das auch in dem Video zu den Pflichten der Gesellschafter gezeigt, dass es eben in dieser Konstellation durchaus mal zu einer Nachschusspflicht kommen kann. Wenn an die Gesellschaftsschulden berichtigt sind, die Einlagen erstattet und der Überschuss verteilt bzw. die Nachschüsse bei Verlust erfolgt sind, dann in dem Moment sind ja praktisch alle Außenkontakte und Innenrechtsverhältnisse abgewickelt und in dem Moment ist die Liquidation beendet und die Gesellschaft ist beendet. Ja, das war das Thema GbR, das wir jetzt in den zwei Videos behandelt haben. Ich habe hier nochmal die Mindmap insgesamt eingeblendet. Wie gesagt, Sie können die sich herunterladen. Der Link ist unter dem YouTube-Video. Ich habe Ihnen auch noch weitere Unterlagen zur Verfügung gestellt. Das ist einmal der Karteikartensatz bei Repetico, den ich auch schon im letzten Video erwähnt habe. Ich habe Ihnen hier die dieses Video betreffenden Karteikarten mal eingeblendet aus dem Karteikartensatz Gesellschaftsrecht 2017. Also hier können Sie all das, was man lernen muss, nämlich das Struktur- und Definitionswissen sich herausziehen und selbst in Ihren eigenen Karteikartensatz importieren und lernen. Und ich habe Ihnen auf der rechten Seite auch das Urteil zur Rechtsfähigkeit der GbR, nämlich BGHZ 146 341 A. Geweißes Rost, ein ganz berühmtes BGH-Urteil, habe ich Ihnen hier auch verlinkt. Das sollten Sie unbedingt lesen. Was Sie natürlich auch immer lesen müssen, und das kann ich nicht genug betonen, wie wichtig das ist, lesen Sie bitte alle gesetzlichen Vorschriften nach, die ich zitiert habe. Am Anfang habe ich Ihnen ja noch 718 gezeigt, aber lesen Sie bitte auch die anderen Vorschriften nach, extrem wichtig. Ja, ich hoffe, Ihnen hat das Video Spaß gemacht und ein bisschen auch Ihr Wissen zur GbR vertieft und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020